Und um zu üben, dass man, bleibt jemand übrig? Soll ich mich dann für dich hinlegen? Genau, sehr gut. Würdest du mit Jungen machen? Würdest du mit Jungen machen? Nein, und kriegen wir noch für dich jetzt. Das kann man. Und wir machen jetzt mal folgendes. Wir gehen einfach mal, wir atmen ganz tief in unseren Bauch rein und gehen einfach mal auf den Füßen spazieren. Tut nicht weh, die anderen genießen das einfach mal. Einfach auf den Füßen spazieren gehen und ganz tief atmen, den Bauch atmen und einfach auf den Füßen laufen. Ne, guck mal, einfach auf den Füßen laufen. Genau, die anderen entspannen einfach. Genießen es, gerückt zu werden, an den Füßen. Na, und jetzt versuchen wir uns mal zu drehen und mit den Hacken auch die Füßen zu drehen. Danke. Danke.